WOLKENKRATZER VASILI, das ist der Weltbart. Er wurde überfallen. Wer werden die beiden bald haben? Alle Überfälle tragen die gleiche Handschrift wie die in den Aufzügen. Und die Kontrollen? Ihre Leute? Die Überwachungskameras? Ground Floor, Basement und die Aufzüge werden ständig überwacht. Vermutlich haben die beiden gestern das Gebäude nicht verlassen. Alle Ausgänge und die Tiefgaragen werden kontrolliert. Achtung! Sektor U4G9. Alle Ausgänge in diesem Bereich dicht machen. Irgendwo müssen sie herauskommen. Technische Dienst, hören Sie mich. Auf Nordsysteme umschalten. Schnell! Die gesamte Überwachung bricht zusammen.